Tilo Janssen und Söhne präsentieren die Crazy Mouse. Die familienfreundliche Achterbahn mit dem Dreh. Bereits ab einer Größe von 1,15 Meter kann mit der Crazy Mouse gefahren werden. Dabei können jeweils bis zu vier Personen in der ersten Reihe nebeneinander bei freier Sicht die Fahrt über Berg und Tal genießen. Neueste gepolsterte und dreifach verriegelte Bügeltechnik der neuesten Generation sorgt für eine sichere und zugleich sanfte Fahrt auf der Crazy Mouse. Zusätzlich sorgt das Druckluftschließsystem, welches nur von Mitarbeitern per Druckluftschlauch geöffnet werden kann, bei den Fahrgästen für ein subjektiv sicheres Fahrgefühl. Unser gesamtes Personal ist stets in einheitlicher Betriebskleidung gekleidet. Mit dem Kettenaufzug geht es auf eine Schienenhöhe von 12 Metern. Am höchsten Punkt angekommen, geht es nun wieder über eine Schienenlänge von mehr als 400 Metern und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 kmh bergab. Die Fahrgäste durchfahren mehrere Kurven sowie zwei rasante steile Abfahrten. Dabei sorgen die um 360 Grad rotierenden Gondeln für ein einzigartiges, rasantes und familienfreundliches Fahrerlebnis. Durch die integrierte Fotoanlage haben die Fahrgäste die Möglichkeit, ein Crazy Foto von der unvergesslichen Fahrt zu erwerben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In der Dämmerung besticht die Crazy Mouse durch die neueste, ausgeklügelte LED-Lichttechnik auf jedem Festplatz. Der Transport und Aufbau Die 60 Tonnen Stahl der Crazy Mouse werden auf fünf Transporten verladen. Dabei wird der Transport mit dem Bahnhof direkt in die Anlage integriert. Dank modernster und neuester Aufbautechnik wächst die Crazy Mouse in nur zwei Tagen zu einer beeindruckenden Familienachterbahn auf jedem Festplatz. Das Ausrichten der Sohle sowie der komplette Aufbau der Crazy Mouse erfolgt durch den 40 Tonnen Kran aus unserem Fuhrpark. Durch die variablen Aufbaumöglichkeiten lässt sich der Eingangs- und Kassenbereich sowie der Schriftzug auf der 42 Meter langen und der 20 Meter kurzen Seite der Crazy Mouse positionieren. Somit lässt sich die Crazy Mouse auf jedem Festplatz realisieren. Sicherheit hat bei uns die höchste Priorität. Durch neueste Technik des renommierten Herstellers Reverchon sowie ständige Schulungen unserer Mitarbeiter in den Modulen 1, 2 und 3, ständige Abnahmen vom TÜV Nord und die neueste Sicherheits-DIN-Norm 13814 garantieren wir für eine sichere Fahrt auf der Familienachterbahn Crazy Mouse. Durch modernste Antriebs- und Steuerungstechnik der Firma Siemens und kompletter Auslegung in neuster energieeffizienter RGB-LED-Lichttechnik konnte der Energiebedarf um 80% gesenkt werden und es wird nur ein 80 kW-Anschluss benötigt. Crazy Mouse Die Familie in Achterbahn mit dem Dreh, präsentiert von Thilo Jansen und Söhne. Das Highlight auf jedem Festpiece. Und jetzt neu ab 2016 mit LED beleuchteten Gondeln und exklusiv für die Fahrgäste die Möglichkeit ein Live-Video der Achterbahnfahrt zu erwerben.